Musik Mein Name ist Carina Walter und ich unterrichte das wunderschöne Instrument die Harfe an der Musikschule Leibertal. Für die Harfe brauchst du keine Vorkenntnisse, wir lernen alles miteinander. Neugier am Klang des Instrumentes und Freude an der Musik ist alles, was du mitbringen musst. Die Harfe ist eines der ältesten Instrumente und man kann die Harfe alleine spielen oder mit anderen Instrumenten zusammen. Musik 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 Musik